Willkommen in Tel Aviv, Israels Partyhauptstadt und wie bei jeder guten Party brauche ich erst mal was, dass ich wieder vergessen kann. Deswegen besuche ich jetzt einen Hebräischsprachkurs. Anni ist I am, Hamora ist der Lehrer, Anni Amora. Anni Amora. So I just lied in Hebrew, because I'm not the teacher. I was born in or I grew up in Switzerland, so I really know that I know it from my heart. And I think this will be a good benefit for me, right? We have ah from the throat. Ah, we have that in Germany as well. It's like Schwäbisch in the south of Germany, Stuttgart, Stuttgart. Oh, okay. Hei, j, 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 it's long, jude, double jude, to make it j, but to make it long I'm doubling it. Hei. So this means hei. Hei. Yes. If I want to say hi to someone, it will be like this. Hei. Yes. Heizel. This is like L. This is like Z. This is like Y. This is like H. So you write from right to left? Yes, we start from here. This is good because I write with my left hand so I don't smear it all over the whiteboard. It will be easy for you. Aruchat bokeh. Yes. Breakfast. How do you say I want to eat breakfast, tasty breakfast? We want to eat? To eat? To eat? To eat? To eat. Aruchat bokeh. Tasty? Tehima. Tehima. Oh, es ist wichtig, nicht dass sie dir ein bisschen wunderschön, du willst ein wunderschön wunderschön. Was ist, wenn es zwei Männer und zwei Frauen in einem Raum gibt? Wie kann ich über sie sprechen? Plural masculine. Ah, weil die masculine macht alles masculin. Ja, aber最近 sie sagen, wenn es ein Mann gibt, dann ist es okay, um die Feminine zu benutzen. Wenn er nicht eine Beard hat, dann benutzen wir die Feminine. Wenn es ein Feminine zu benutzen, dann benutzen wir die Feminine. Die Feminine. Schülchan. 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 Schülchan oder Feminine? Es ist sehr Masculin. Sehr Masculin. Also ich muss die Adjektiv, die Masculin, Adjektiv. Also sag mal, ich möchte einen großen Kaffi Koffi. Wir wollen... Ich will... Ich will... Kuss... Gdol... Ich sagte, Kuss ist Feminine. Gdol... Jörgvi. 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 Emma, you know the best. It's like brother, but it's a bit different. Echis. Ahachi. Achhi. Achhi. Ahachi. Wah-asphot Aha, achi, 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 achi. Achhi what? Achhi. Achhi what? Achhi. Tell him that he's nice, that he's handsome, that he's... Yeah, girls, tell him that he's nice and that he's handsome. He will like that. The camera, this one, it's specific. The camera, this one. Thomas, three French women are going to yell Hebrew compliments at you. Are you ready? Are you ready? To the best time of your life? You're good. Beautiful. Beautiful. What means you have a lot of hair left right now? What? Like you have not lost all your hair. What does that mean? Tell him you have beautiful hair. You have. What do you say you have? Yes, to you. Yes, to you. Yes, to you. Hair. It's not good, it's beautiful. All of you speak French, right? It's a very soft language, and now you speak Hebrew. Does your throat hurt in the evening? Yeah, a lot. Yeah, a lot. I studied mathematics, and Aleph means infinity. It's like alpha? No, it's Aleph. It means everything. It means infinity. Okay. Okay. Okay, Thomas. Okay, whatever you say. I believe you. We have a lot of sentences to ask how are you, and you don't expect really to answer. It's just, hi, mani, schmau, are you? Like this, and you continue. So it's... It's just a phrase. It's just, yes. Like when you married for 20 years, you say, I love you, but you don't really mean it. You don't even say. You think they will like me in Germany? Oh, they would love you. Because I'm so tanned from the Israeli son. They love that, and they love your attitude, like the shouting, they love that in Germany. Okay, I'm tough. Yeah. Hallo! Viel Spaß! Ich bringe einen Kuchen mit zur Party! But they need to come to the Israeli son. Yeah, they should. To receive a bit of color. Do you think I'm too white? A little son. We are like, you know, when you cross the street, you have... Oh, yeah. We are a Beatles album. Yes, we just need the Beatles walking here. So, what does thank you very much mean? Tauda raba. Tauda raba. And goodbye. Littraot. 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 Oh, bye, of course. Bye-bye. Yalla bai. Yalla bai. It's Hebrew and Arabic together. Oh, that's good. Yeah. Yalla bai. Littraot. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Tauda. Yalla bai. Yalla bai. Yalla bai. Yalla bai. I have a really hungry. I want to make a tasty breakfast. I don't know what that means in Hebrew. But if you take a few minutes back, you can see how tasty breakfast is in Hebrew. Hey, hi, are you in Baal? Yeah. How many? Two. I'm so glad you didn't get killed across the road. I was a little nervous. Hey, it's so nice to meet you. You're from delicious Israel. Exactly, delicious Israel. And what are we going to do with you? We are going to do the best activity that you have to do in Israel today. We're going to eat. So this is a really, really important dish. It's called sabich. 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 It's filled with vegetables, eggplants, egg, and lots of salad. Oh, wow. So it's healthy. It's very healthy. Now this is our fast food. Can you imagine this versus, let's say, a burger from some fast food joint? It would be triple your size, which is still not a lot. Good genes. Good genes. Thank you. Thank you. I'm holding the mic close to you so you can really... I wish I had a Hebrew word to say, God, this is so good. This is really... I don't think we need to eat anything else. I just want to eat this all day. And people do eat this all day. Do I have dirty face? A little bit, but that's part of the... If you don't end up with schmutz on you, you didn't do the tour right. So you're going to end up with some, you know... Okay. Also Thomas isst jetzt... Ich habe vergessen, wie es heißt, aber er isst es und es ist mega geil, ne Thomas? Ja, super lecker. Also was halt interessant ist, ist, dass diese ganzen Gemüsesorten zwar nicht so eine... They're not a paste, but they do become one. They all intermingle, they kiss. It's like umami. Umami. It's a vegetable orgy. Mmm. Who doesn't love a good vegetable orgy? This is the first time actually I'm having pita in my life. I've never had gluten-free pita. Wow. Well, what do you think? This is like a big moment for you, no? It's very good. Yeah, it's... You don't look too enthusiastic. No, I don't know. It's alright. I'm trying to... Oh yeah, you have to put the paper... Paper's pretty good. I have to peel... Peel the pita. I'd like to give it to... But I don't think anybody wants my half-eaten... I would half-eaten. You would half-eaten? So our cameraman is eating, filming and walking at the same time. Breaking all gender stereotypes. I have to take a picture of you, Thomas. This is crazy. Before I wipe it. Great. So hummus actually means chickpea. So the base of this dish is hummus. So if you have a smashed guacamole and you call it avocado hummus, not legit. It's like taking an apple and calling it an orange. Ah, so hummus chickpeas means chickpea chickpeas. Hummus chickpea means chickpea chickpea. That's crazy. Why would they do that? Because there's different formats to your chickpea. So you've got the whole chickpea and you've got the mush chickpea. So we're going to have the mush chickpea and we're going to put the whole chickpea on. Wow, okay. So that's like putting an ice cube into a glass of water. Which we do. A lot. Thank you so much. Toda. 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 und die Geschmack und die Texturen, du kannst nicht den Öl essen, während du es essen kannst. Du kannst einfach in eine Böse. Eine Böse. Ja, eine große Böse. Also, warte, wie easy es wird, für mich, um es aufzunehmen. Das war wirklich einfach. Ja, genau. Es ist wie ein Spohn. Mmmmm. Es ist wirklich gut, doch. Ich hätte nie gedacht, dass ich es in privaten zu essen, aber für Business bin ich froh. Oh, boi. Das wird so gross. Das war gut. Thomas hat ein Mouthspan. Er hat eine große Mouth, oder? Er sollte in der Kamera sein sein. Wir sind sicherlich erwartet. Die Leute sind so camera-freundlich. Die Leute werden sehr offen, wenn sie nicht filmen wollen. Oh, okay. Hey! Ich werde die nächste... Ich bin ein Masterchef. Ich weiß nicht. Wir werden heute ein Masterchef treffen. Das ist so spannend. Er wird uns教en, wie zu kuchen. In einem mastervollen Weg. Ich hoffe. Trina ist ein superfood. Es ist wirklich. Du kannst es auf die Falafel gehen. Du kannst es auf die Falafel gehen. In meiner nächsten Iteration werde ich eine Tchina-Konglomerate machen. Wir werden einfach verschiedene Tchina machen. Wir werden eine Salad-Dressing machen. Wir werden es in Süße, in Energie-Packets, mit Ceylan, wie ein Date-Honey. Und wir werden es eine Alternative machen. Ich bin sicher, es ist gut für die Haut, auch. Put etwas Tchina auf dein Gesicht. Wiß es auf. Slap etwas Hummus auf. Ich bin eigentlich 80. Ich habe nur eine Tchina every Nacht. Das Lachuch. Das Lachuch. Das Lachuch. Das Lachuch sind sehr groß und sehr spongeblich. So wir gehen. Okay, wir gehen. Okay, wir gehen. Spongier Lachuch. This ist nicht gut, aber er wird dieses. Und du kannst das Eklat. Weil mein Brot ist dumm. Oh, was... Jamie Oliver war hier? Ja, Oliver war hier, aber Hazel und Thomas waren hier. Hey, endlich! Mother, ich bin wieder hier. Ist das Lachuch? Das ist Lachuch, ja? Oh, nice. Und was dieser Mann essen? Das ist Lachuch mit dem Egg. Das ist dein Egg. Baba Ganoush. Ja! Ja! Und du musst es essen. Open es. Oh! Hallo! Und jetzt? Garlic, garlic? Oh, ja. Das ist gesund für die Haut, die Steins. Oh! Ja! Ja! Das ist warum du so jung bist. Danke! Wer ist das? Du solltest verstehen, was du gesagt hast. Khatik? Ah, der Kameramann. Nein. Das ist ein schönes Mann. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Lass mich wissen. Lass mich wissen. Wieso? Ich bin Yemen. Ich kann fünf Menschen nehmen. Oh, wauw! Wie kann ich in Yemen werden? Kann ich auch fünf Menschen nehmen? Marry mich! Okay! Ah! Ah! Me und unmarried, handsome man werden das essen. Ah! Ah! Es ist eine Party! WELCOME! 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 LAKHAIM! Es ist ziemlich unglaublich. Ich habe hier Leute wieder getroffen in Tel Aviv, die wir letzte Woche in Jerusalem gesehen haben. War das geplant? Dass wir hier sind schon, aber dass wir uns hier nicht. Also ihr seid nicht einfach so crazy-Stalker, die jetzt hier... Nein, das war nicht geplant. Ganz unabsichtlich einen kleinen Juice sippen mit Hazel und Thomas. Ja, mega cool. Wie findet ihr, ist Tel Aviv ein Vergleich zu Jerusalem? Ganz anders. Also man könnte auch in Spanien oder Italien irgendwo sein, am Strand, halt am Mittelmeer und nicht so kulturell aufgeladen, vielleicht wie Jerusalem. Ja, es ist schon Party City, oder? Was macht ihr hier? Also wir waren jetzt am Strand und wir waren auf dem Flohmarkt. Das war ganz schön geil. Also so, ja... Ja, wir waren jetzt mal alte Sachen anschauen. Ja, genau. Ja. Ja, also Flohmarkt so ist ein bisschen Jerusalem mit den Menschen, oder? Also die Leute sind eher älter und sehr ernst und in Tel Aviv sind sehr fruity, young people unterwegs. So wie wir drei. Genau. So wie wir drei. Genau. So wie wir drei. Wir beginnen mit unseren Händen, so wie das. Und was du kannst machen, ist, dass du dich umdrehen kannst. Ich möchte dich schön und trocken. Wenn ich mich versuchte, dann blockiere dich. Ah, so wie das? Ja, das ist es. Blockiere dich. Okay, jetzt machen wir das gleiche. Aber du versuchst mich auf den Knie. Gut, versuchst mich auf meinen Knie. Gut. Good. Shoulders and knees. Head, shoulders, knees and toes is the next thing. You have this song in Germany as well? Yes. Oh, very good. If I can touch you, it also means I can hit you. Ah, yeah. If I can touch your knee, it also means... I'm gonna grab you for a second. It also means from here I can grab you and I can throw you. Okay. Alright, let's go one more round. Okay. I'm used to fighting with a Swiss army knife. With the champagne cork. It's not instinctive at all. In the Israeli army knives we don't have champagne corks. Yeah. It's not that every Israeli who's been in the army is Arnold Schwarzenegger from the movie Commando. Well, you know, the truth is in every army, the warfighters, the people who actually go to combat, it's maybe about 10% of the population. Oh, okay. And some are Danny DeVito in twins. Yes. Okay. Yes. We've got the Schwarzenegger and we've got the Danny DeVito. Best way to get somebody to let go of your hand is, can you let go of my hand for just a second, please? Thank you very much. I'm going. Okay. Next best situation is if you grab me, is to take my fist and to put it through the person's teeth. But that's going to escalate this situation. It's going to create a fight. And maybe, maybe in the surroundings, you have your hand on me. Maybe violence is not warranted yet. I'm stronger than you. You're not going to be able to get your hand out. What you're going to have to do is leverage. You're going to bring your elbow and you're going to bring it to my elbow like this. And if you turn, I simply can't hold the hand and then you're going to separate. But we're going to do that technique a little bit more tactically. What I mean by that is this, you're going to grab my hand here. Step one, thumb goes into the opening. Step two, if I try to pull, I'm trying to use force against your force. And if you're strong, it's simply not going to work. What I'm going to do is I'm going to step here to the side. I'm going to bring my elbow in. Hold on strong. I'm going to bring my elbow in. And from here, I simply slide out and I'm going to take a couple of steps away. And I say back off and I'm going to walk away. And you will just walk away. You won't ask me, what did you do that for? Probably not. Do I care? I don't know. I would, but I think I'd be... I don't care about you. The attacker, I care about you. I don't care about the attacker, right? That's the thing about Krav Maga. I don't need to win, right? If you come and grab me, I don't need to punch you, step on your head until you say you're the champion. Yeah. If I can push you and run away, I win. But there's no such thing as a championship in Krav Maga, right? It's not a sport, is it? Krav Maga is about survival. Okay. So that means I care about me. If I have my family with me, I care about protecting my family. The attacker is of no concern to me, except if I have the skill, I'm going to try to minimize the damage to you too. Oh, really? That's so friendly. We say be so good that you don't have to hurt anybody. Okay. But it depends on the threat. Yeah, sure. If a 14-year-old comes and grabs me by the hand, I can probably separate and I can say go to your mommy. Go play with your Lego. If I have three guys that are twice my size and they start grabbing, maybe it's not going to be so easy. Maybe I have to use a little bit of force. Okay. Grab my hand. If I didn't have and I started, so maybe now it turns violent. Okay. But from here, if I have some basic tools and I can simply step away, it doesn't have to get violent. That de-escalated quickly. Okay. I'm just trying to make you laugh. Okay. Ready? Now the right hand is going to stay up, the left hand is going to punch. It's Echad Steimshalosh. Very good. Do you know Uri Geller? Yes. He does Krav Maga with spoons. Krav Maga with spoons. Yeah, he breaks the spoon. Like Neo from The Matrix. Exactly. Ready? Die. Die. Keinен, aberch seat, le problem, scho, le problem. Die, die zuhauseưởng. Die. twin Yeah. Oh, mein Mikrofon. Jetzt wird es eine unvergleiche Behandlung geworden. Mighty like an Eagle. Sneaky like a potato. Krav Maga! Nach der Krav Maga-Stunde habe ich doch eigentlich fast schon wieder ein kleines Hüngerchen. Wir haben einen Kochkurs gebucht bei einem sehr speziellen Koch. Es ist ein Kölner, der aber mittlerweile in Tel Aviv lebt und arbeitet. Und er hat bei der israelischen Ausgabe von Masterchef nicht nur mitgemacht, sondern das Ganze auch gewonnen. Ich glaube, das ist er, weil sonst sind wir im falschen Raum. Hi, bist du Tom? Hazel. Hazel, ja. Schön, dich zu sehen. Hey, schön, dich zu sehen. Tom Franz, der Gewinner von Masterchef Israel 2013. Ich freue mich immer über Besuch aus Köln in Tel Aviv. Wir sind hier, um so ein bisschen Carnaval-Feeling reinzubringen. Tel Aviv a la. Hast du dich immer schon als Koch verkleidet bei Carnaval? Also wolltest du das immer schon werden? Nee, überhaupt nicht. Habe ich gar nicht daran gedacht. Also Kochen war schon immer mein Hobby, seit ich zumindest mich selber so versorgen musste. Da habe ich sehr gerne gekocht. Aber was ganz cool war, seit ich Masterchef geworden bin, haben sich immer wieder Kinder als Tom Franz verkleidet, als der Koch beim Masterchef. Das ist ja mega. Und das war cool, als ich dann Fotos gesehen habe von Kindern, die sich als Tom verkleidet haben. Ich meine, das ist schon cool, wenn sich Kinder als dich verkleiden. Ja, das ist super. Was machen wir denn heute? Ich muss sagen, wir haben zum Frühstück schon Kichererbsen gegessen. Okay. Aber ich glaube, das ist ja hier zu jeder Marz. Ich sage mal so, wir essen viele Hülsenfrüchte. Welche normale, durchschnittliche deutsche Hausfrau arbeitet jetzt mit Kichererbsen? Also, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr eine durchschnittliche Hausfrau seid und mit Kichererbsen arbeitet. Ich habe es auf jeden Fall zu Hause nicht gekriegt, mal ganz ehrlich. Also, wir arbeiten viel mit Kichererbsen und am liebsten machen wir daraus natürlich, was? Hummus. Cool, genau, richtig. Und wir machen auch Hummus. Wirklich, wir machen heute Hummus? Wir machen Hummus. Ich zeige dir, wie man Hummus macht. Ja, super. Das ist eine schöne Sache. Und was wir noch machen, das ist auch so, was man könnte sagen, auch so ein israelisches Nationalgericht fasst. Das ist die Shaksuka. Ah, Shaksuka. Weißt du, was Shaksuka ist? Ja, so eine scharfe Tomatenpfanne mit Eiern drin. Ja, genau. Also, wenn wir das dann so ein bisschen so fachtechnisch ausdrücken, dann pochieren wir Eier in einer scharfen Tomatensauce, die so ein bisschen aus dem nordafrikanischen Raum kommt. Ich sehe, deswegen bist du ein Masterchef und nicht nur ein Chef. Genau. Also, ich zeige dir jetzt mal einen Trick. Oh, jetzt wird es wahrscheinlich so total crazy. Nee, du sparst dir da auch mit dem viel Arbeit auf jeden Fall. Guck mal, nimmst du das so. Ach, cool. Räschst das einmal so durch und dann das, was übrig bleibt, mal kurz grob hacken. Dann hast du ungefähr die gleichen Stücke wie Eber, aber die nehmen viel schneller die Hitze auf, weil es schon alles so aufgebrochen ist. Jetzt muss ich wirklich bis nach Tel Aviv fahren, um lernen zu können, wie man Knoblauch schneidet. Da kann man den auch wunderbar so schälen, wenn du den Knoblauch aufzählst und mit der Schale aufmachst, dann bricht es schon auseinander, dann brauchst du nur noch die Schale so abzugucken. Weil, was will man mit der ganzen Zehe? Ja, stimmt. Also, selten, ne? Selbst wenn es nichts ist, dann musst du das hinterher korrigieren, ohne dass die Kamera das mitkriegt. Lass dir das nie merken, dass dir das missglückt. Genau. Genau so. Genau, es schmeckt genau wie bei meiner Oma. Du musst immer noch so eine emotionale Komponente nennen. Genau, genau. Das muss auch noch emotional sein. Das heißt, du musst erzählen, woher das her ist. Komm, das ist von meiner Oma. Das hat meine Mama gekocht, als ich krank war. 1988, Autobahnraststätte Frechen. Genau. Also, du musst es, genau. Ah, da bist du so der Tomatenflüchterer. Das ist cool. Ja, genau. Wusstest du, dass Cherrytomaten eine israelische Züchtung sind? Nein. Diese kommen natürlich irgendwie aus der Natur, aber es gab keine Cherrytomaten in der Natur, sondern die Israelis haben daraus Cherrytomaten gemacht und haben sie in die Welt gestreut. Und jetzt sind sie in jedem Laden, um nicht mehr wegzudenken, oder? Ja. Cool, ne? Also, ich weiß nicht, was angefangen hat, vor 30 Jahren. Vorher gab es keine Cherrytomaten. Gab es nur riesige Tomaten. Das haben gemacht, also so wie den Discong-Key, also den USB-Stick und all sowas. Ah, der ist auch von hier? Ja, es gibt so viele Sachen. Ich glaube es gar nicht. Du kannst ja mal in den Computer alles rausholen, aus der Medizin alles rausholen, was die Israelis gemacht haben oder Juden. Bleibt nicht so viel übrig. Dann nehme ich die Cherrytomaten aus meinem Computer raus. Funktioniert da wieder. Das ist jetzt eine riesige Shaksuka. Ja, genau. Wir haben ja auch eigentlich den Thomas mit eingeplant, oder? Ja. Shaksuka. Das wäre doch was. Also das jetzt mit dem Rögelchen und ein bisschen Kölsch. Tom. Oder? Deine Shaksuka, ne? Nein. Ich bin so gerührt von meiner Shaksuka. Es ist wirklich sehr lecker. War gut gemacht. Ja, vielen lieben Dank, Tom. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich kann es kaum fassen, dass ich so weit weg von Köln sein musste, um mit dir kochen zu dürfen. Ja, komm doch wieder. Thomas kommt jetzt erstmal auf die richtige Seite der Shaksuka, um die zwei Eier zu essen, die wir eben noch übrig gelassen haben. Steht so auf der Shell-Sick, ne? Genau. Wir gehen jetzt raus und schauen uns noch ein bisschen die Stadt an. Wir treffen uns jetzt noch mit einem jungen Künstler oder einer jungen Künstlerin hier in Tel Aviv, damit sie uns die coolen Ecken dieser Stadt zeigen kann. Ich glaube, wir gehen einfach hier rein und klopfen dann. Ich war noch nie in einer echten Wohnung von einer echten Person hier in Tel Aviv. Oh, hey, hi. Hi. Nice to meet you. I'm Hazel. Nona, nice to meet you. This is Thomas behind the camera. Hello, hello. Nice to meet you too. Come in, come in. I love your dress, by the way. First thing comes to mind. Very. Thank you. I designed it and as you can see, I'm full of myself here. Would you be willing to wear a dress with my face on it? Would that be an option? It depends who did your makeup in the picture. You? Yes. Then I will print it also. That's the next video. Let's do it. That's a workshop. I actually need a makeup workshop. I grew up with two older brothers, so I'm really... Not only am I not good at it, but I feel like this is actually deep in my self-esteem. I have this issue that I don't feel confident enough to wear a lot of makeup. I think you don't need makeup and your confidence is with you and your camera. So I guess you'll feel comfortable. So it's good. Thank you. Nona Shalant, you are very nonchalant. Yes, I try. In Israel, it's not so easy to be nonchalant. Yeah, but somebody's got to do it. Yes, it's me. Just so I don't get hate comments, do I refer to Nona as she? I don't know. We can ask her. I don't know. No, I don't care. I don't care. It's okay. I will as a she. So we have... Both genders makes me like... I feel comfortable with both. Yeah, that's what I think all the time. Like, I like men and I like women. I don't think it's offensive to be either of them. Yeah. I think people think that if they refer to me as a woman, maybe it's something that I will leave it. That's okay. Definitions, it's not for me. Yeah, this isn't... Blah, blah, blah. Yeah. Gender, yeah. Gender schmender, as they say in Israel. You learned Hebrew, I see. Achat, shtaym, shalosh. Gender schmender. I know where to say guten Abend. Oh, very good. Do you know any more German? That's what I learned. That's very useful. So if somebody talks to you in the evening, you can greet them and then you can ask them to really take apart the word. To really say all the words. Yeah, to say every letter that you will not understand. Buchstaberen, mein Name. N-O-N-A-C-H-A-L-A-N-T-E. Oh, great. Guten. Guten, guten? Gut. Just say guten Abend and then I will leave. Guten Nacht. There is a variety of crazy, crazy drag artists here. Drag kings and drag queens. What's a drag king? Is that if I dress up as a man? Ah, because that's what I wanted to ask you. What can I do? How can I contribute to the drag scene? It's about creativity. It's not about the gender. Okay. And so it can also be, because I'm a comedian, so I would probably try to make something funny. Could it be something ridiculous as well? Yes, of course. Drag art, it's about camp. And camp, it's about making fun of the mainstream and about whatever you feel like. So we can both agree you're not mainstream. I wasn't sure if... No, not so much. Do you need help? Can you do it? Can you do it? Can you do it? Yeah. Hey. 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 Olivia? Das finde ich jetzt unfassbar witzig. Wir bringen gerade eine Folge. Ja, hallo. Darf ich jemanden grüßen? Ja, natürlich. Den Christian Klaus Ludwig Karl-Heinz Fischer. Hallo. Hallo. Oh, she just greeted somebody in Germany. Ich bin so überrascht. Ich bin seit einem Tag hier und ich habe allen meinen Freunden zu Hause deine Show gezeigt. Echt? Ja, und ganz viel Werbung gemacht. Und die kennen das jetzt erst seit einer Woche und ich war so, yo, guckt euch das mal an. Und die waren total begeistert. Jetzt bin ich gespannt, ob die mich tatsächlich sehen. Und ich stand gerade da drüben und war so, sie sieht aus wie Hazel. Ist das Hazel? Und dann habe ich die Kamera gesehen und es sah so professionell. Und ich dachte, es sah ein bisschen zu professionell. Aber vielleicht haben sie das Spiel aufgerufen. Sie haben das gemacht. Sie haben das gemacht. Sie haben das gemacht. Ich bin eigentlich vegan. Ah, so you can eat fruit. Yes. Where are we heading now? I'm thinking maybe to take you to a rooftop of a hotel. To see the view of Tel Aviv. We're surprised at how nice people are when you tell them you're from Germany. Yeah, why not? Well… Most of Israelis are already in Berlin, so… Yeah, there is a lot of Israelis in Berlin, right? I think you're getting by, you know. It's going to be okay. But you will never move to Berlin? Oh wow, you're getting catcalled. Oh yeah. Or maybe me, I don't know. No, no, it was me. Oh look, you can see the sea from here. This is incredible. So what part of the city are we in right now? We are in the middle of the middle of the city. So the center of the center, you would say? The Mitte of the Mitte. The Mitte of the Mitte. So if Berlin Mitte had a belly button, we would be in there. Yeah, that's our… Your Audi belly button. How do you call it? Bauchnabel? No. Hochhaus. The Mitte. The Mitte. The Alexanderplatz. This is our Alexanderplatz. Hello. One day in Tel Aviv. How does it feel? Oh, it feels great. Thank you very much for asking. First, I was a bit nervous. What do you want to eat in Tel Aviv? Hummus. What do you want to… Who do you want to punch in Tel Aviv? My Krav Maga teacher. Who do you want to smell in Tel Aviv? The hummus farts. Oh, the hummus farts. It's very good. Be careful of that. And it's healthy, I heard. No. They lie to you all the time. I think so, yeah. But I'm happy as long as they lie a nice lie. Do you want to be a drag queen? Yeah, why not? Not as a job, but maybe one time. Are you sure? No. Alright. Thank you. Ja, das war unser Tag in Tel Aviv. Jetzt folgt eine Nacht in Tel Aviv, die wir aus Jugendschutzgründen nicht filmen und euch zeigen können. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls ihr mal herkommt, schaut euch die Tipps an in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Abonnieren. Glocke aktivieren. Bim bang bang. Hazel out. Ich gekommen auf Dürst. Euer Freund